das hier ist der neue puma future und wir zeigen euch heute warum sich immer mehr fußballstars für den puma zu entscheiden viel spaß beim schauen egal wie habe ich gesagt hauptsache ins tor im Puma gehörte ja schon immer zu den drei großen Marken, jedoch entschieden Nike und Adidas das Rennen immer für sich. In der letzten Zeit war ja wirklich auffällig, dass viele Stars, unter anderem Neymar, zu Puma gegangen sind und mit diesem Schuh hat Puma einen wirklich richtig guten Fußballschuh auf den Markt gebracht. Wir sind wirklich mit allen Eigenschaften von dem Schuh zufrieden und müssen auch ganz klar erwähnen, dass die Haltbarkeit im Vergleich zu den früheren Modellen von Puma sich wirklich stark verbessert hat. Also dieser Schuh gehört wirklich zu den Oberklassigen und falls ihr noch Fragen zu dem Schuh habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder kontaktiert uns auf Instagram. Viel Spaß beim Schauen, ja super. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, keine Angst, den nächsten Mal in der Zukunft von Shooters mit Tobi. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020